Wir suchen bei uns im Familienunternehmen Kronimus technisch interessierte und motivierte Mitarbeiter als Maschinenführer. Wir machen Hauptsache Pflastersteine und Platte. Überwachung der Anlage, Wartung der Anlage, Umbau. Wenn man die Maschine gut eingestellt hat, muss man fast gar nichts machen. Bei mir an der Anlage steht die komplette Anlage über Tablet. Wir wollen ja erste Wahl verkaufen und der Kunde will auch erste Wahl. Also es gibt Produktionsmaschinen, es gibt Nachbearbeitungsmaschinen, manche die völlig automatisch laufen oder manche wo auch sehr viel Handarbeit dabei ist. Es kann sein, was einen Tag umgeht ohne Reparatur. Es kann sein, was man einen Tag zwei-, dreimal rausmisse für Reparaturmauer. Man gibt immer sein Bestes. Und da gehört es dann schon dazu, dass man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Einfach Spaß daran hat, zusammenzuarbeiten. Technisches Verständnis auf jeden Fall. Dass man eine entsprechende Lösung findet. Flexibilität und auch mal ein bisschen unter Stress arbeiten zu können. Hast du Lust bekommen? Dann kommt unser Team. Bewerbe dich jetzt als Maschinenführer. Du musst auf jeden Fall sein. Du musst auf die Flaschenführer. Du musst auf jeden Fall sein. Du bistそして Du kannst wiederholen.